Bei Hill sollte eine Verbesserung drin sein. Dieser Mann hier hält die Spitze und ist auf dem Weg, sie weiter zu verbessern. Absolute Bestzeit bisher, ein 16.0.3.0 gefahren im vierten Training von diesem Mann hier. Zweite Zwischenzeit, unter 58, ja ganz knapp, aber jetzt ist die 1.16.0 Marke in Gefahr. Jetzt könnten wir 1.15.9, vielleicht sogar 1.15.8 sehen. 18.0 Grand Prix für Jacques Villeneuve. Fünf Pouls hat er bereits. Holt er die Sechste heute? Viertausendstel verliert er zu unserer 1.15.9 Prognose.